Das klingt ja geil mit dem Schnee. Cool. So, dann lasst mal... hören, wie's weitergeht. So, auf, auf nach Lexington. Na, scheiße. Weisen sie in Aufnahme und verlangsamen ihre Bewegungen. Geben sie Geld, damit sie sie in Ruhe lassen. Okay. Keine Drecksplagen. Da lang geht's nicht wirklich. Nehme ich hier die Hauptstraße. Nehme ich, unauffällig. Wie ich immer bin. Ich bleib mal hier auf der Hauptstraße. Ich denk mal, das führt mich auf jeden Fall ans Ziel. Old Meeting House. Ja. Das Reiten geht ab, wie immer. Animus Datenbank wird dauerhaft aktualisierter quasi. Ich entdeck andauernd was Neues. Ah, hier war ich schon mal. Dann kann ich mir hier ja einen guten Weg raussuchen. Mehr oder weniger. Oh, Entschuldigung. Ja, ja. Schiebt ab. Kann das Pferd da rüberspringen? Nein, natürlich nicht. Ist ja auch so hoch, der Zaun. Ach, aber das kann es. Naja, egal. Dann reite ich halt weiter. Was mir fehlt, ist noch so eine Entfernungsanzeige irgendwie. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Dann wüsste ich in etwa... Hab jetzt keinen Nerv darauf, mich mit denen noch zu betteln. Eine Katze habe ich platt geritten. Komm schon, macht Platz hier. Gut. Gut, gut. So, damit sind wir schon mal raus aus Boston. Zumindest zum Großteil. Wie sieht denn die Karte aus jetzt gerade? Ah, okay. Oh, und das ist nur Boston. Scheint man wieder etwas größer... Oh. Oh. Da ist eine Seite vom Almanach. Da haben wir sicher später auch noch die Chance zu, oder? Ich habe jetzt keinen Bock noch mal zurück. Oh, einen Schatz. Den hole ich mir natürlich noch vorher. 300 Meter. Alles klar. Das ist doch mal eine Zahl. So, hier lang. Hier lang. Ups. Immer wieder gerne. So, ich bin mal gespannt, was das für ein Schatz ist. Was wir da finden werden. Das hier scheint wohl Lexington zu sein. Hui. Hui. Jawohl, ja. Schloss knacken. Oh. Klasse. Ah. So. Ja, alle Jahre wieder muss ich hier die Aufnahme neu starten. Ich finde es hammernervig. Aha. Oh, ich finde das so verwirrend, ne? Ach, komm schon. Am Arsch. Ach, meine Güte noch mal. Ich finde das irgendwie so derbe verwirrend, ne? So. Warum nimmt er das da denn immer wieder raus? Alter, das ist aber ein ziemlich dickes Schloss, oder? Ne. Jawohl. 1250. Ja, okay. Nice. Haben wir hier mal wieder ein bisschen mehr Kohle. Auf der Tasche. So, das Pferd lassen wir da stehen und... Wir wechseln, glaube ich, sogar das Gebiet gleich. Nach Grenzland reisen. Ja, annehmen. Da möchten wir hin. Ich zähle jetzt gerade mal so nebenbei die Sekunden. Wenn ich mir die verzählt habe, sind es 6 Sekunden Ladezeit für ein komplettes Gebiet. Passt, ne? Wie sieht es denn hier aus in den Grenzlanden? Oh. Klasse, bisher noch gar nichts. Logbuch. Und ich ohne Pferd. Na, klasse. Laufen wir hier mal querfeldein. Juhu. Oh, Tiere. Ah, im Schnee ist man langsamer. Gut zu wissen. Ist auch logisch eigentlich. Aber trotzdem, wenn ich hier querfeldein laufe... Habe ich es erwischt? Jawohl, ja. Bringt das was? Nö. Hm. Schade. Habe ich eine Kugel verschwendet? Na, egal. Egal. Gut. Jawohl. Betretenes Jagdrevier Lexington. Na, wollt ihr betteln? Wollt ihr kämpfen? Wohl nicht. Ach, komm schon. Das gönne ich mir. Das gönne ich mir. Alter, wie die einfach mal keine Chance gegen mich hatten. Einfach mal gar keine Chance. So, acht Kugeln scheint das Maximum bisher zu sein. Vielleicht kann man ja auch noch die Kugelkapazität erhöhen, irgendwie. Konnte man, glaube ich, in den Vorgängern auch. Na, hier ist es schon ein bisschen länger her, ein paar Monate. Ich weiß es nicht mehr. Ganz ehrlich. So. Ich dachte gerade, das wäre Blut. Schade. Oh, Zeitlupenlauf. Oh, sieht auch schick aus mit diesen Spuren, die man hinterlässt. Ein Huhn! Ach, schade. Warte mal, interagieren? Alter, ich kann das Huhn füttern. Kann ich es jetzt auch abschlachten und grillen, irgendwie? Ja, total unnötig da rüber gesprungen, irgendwie. Ich schnapp mir jetzt hier ein Pferd. Na los, mach hinne. Schnelles Galoppieren kostet dem Pferd viel Ausdauer. Und woher weiß ich, wie viel Ausdauer es hat. Naja. Zack. Presse halten. So, kannst du da denn... Jawohl, da kann es rüber. Sehr gut. So, wo geht hier jetzt die Action ab? Hier. Und Pferd wechseln wieder. Nicht überzeugt. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von dir. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Ah, das sport an. Sport an. Nicht sport an. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Pferdok besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich warte um... Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust... Voranung, zu weit vom Ziel. Wo läuft der denn lang? Tut die verlangen. Ich versuche derweil, euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir... Nicht eure Scheu. Aber jetzt muss ich auf die Träne warten. Wenn der wenigstens schneller reiten würde, ne? Naja. Gut. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Tja, und unsere Pferde sind weg. Oder? Verdammt. Ja. Dann geht's halt zu Fuß weiter. Ich folge einfach ganz stumpf den Spuren. Nicht, dass ich mich verlaufe, ne? Was passiert denn, wenn ich jetzt... Uh, sieht ja auch witzig aus. Ah, dann sieht mal einer. Guck, wen wir da haben. Warte dir. Warte, kommst du! Ach, Charles. Mensch, ein Scanner. Was machst du denn da? Okay. Alter, die läuft über die Bäume. Kranker Scheiß. Die ist viel flinker. Ah, sieht sie anders. Dann halt über die Baumstimme. Da bin ich schneller. Oh, hier ist ein Lager. Was? Ach, wirklich? Oh, verdammt. Ja, okay. Alter. Alter! Hilfe! Na! Alter, scheiß Quicktime-Event oder was? Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Ja, ja, ist ja gut. Mach hinne mit, laden. Zack! Bam! Nächster. So, das da zu. Die mysteriöse Frau finden. Okay, der Wolf ist abgelenkt. Da oben. Du kostest mich Nerven, Weib! Ja. Aber wo lang läuft sie jetzt? Da lang, okay. Okay, hier ist der Schnee nicht so tief. Hier bin ich etwas flinker. Och, komm schon. Muss ich die jetzt fangen? Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Hazen. Ich komme in Frieden. Wie er erledigt ist. Warum bist du so lang? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen für's Erste. Ich bin Gazizi.